Ich bin Mr. T und das ist mein Nachtelf-Irokese. Hey T, es gibt keine Nachtelf-Irokese. Halt's Maul, Idiot, wie ich schon sagte. Mein Irokese stürmt auf seinem Frostsäbler durch tiefe Wälder. Mein Irokese... Hier ist ein Krieger, kein Irokese. Vielleicht hat Mr. T das Spiel gehackt und eine Irokesenkasse erstellt. Vielleicht ist Mr. T ein Computerass. Schon mal dran gedacht, Herr super schlauer Regisseur? Ich bin Mr. T, ich bin Nachtelf-Irokese. Was spielst du? Ich bin Nachtelf-Irokese.